Ach ja, zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme habe ich weder was geschnitten von Destiny bis jetzt, aber doch habe ich den Endscreen gemacht oder so zu sagen, was denn da hat. So, jetzt sind wir in der Black Exodus, okay. Was ist da? Ansprechen. Sprechen wir dich einfach mal an. Ah. Bei der gibt es auch einen Ruf, ach du scheiße. Wenn du zurückkehrst, helfe ich dir gerne bei der Vex-Forschung. Wir könnten den Kram klauen. Nur ein Witz. Klauen darf man nicht. Normalerweise. Aber die Vex sind Alien-Roboter-Monster. Da herrschen andere Standards. Es ist kein Mord bei Robotern. Besuch mich bald wieder. Alle, die ich kannte, sind nur noch Staub und Asche. Ich bin einsam. Oh. KI in der Exodus Black. Failsafe. Als Überlebende eines abgestürzten Kolonie-Chefs des Goldenen Zeitalters führt dich Failsafe zu den Wechs verseuchten Ödlandern von Nessos. Die Rote Schlacht. Failsafe, die KI der Exodus, will beim Kampf gegen die Wechs auf Nessos helfen. Aber nun, da Kate 6 gerade nicht auf der Höhe ist, ist es Zeit, sich an Ikora Rei zu wenden. Hilf Ikora zu finden und wonach sie sucht, indem du die Mission Sakrileg auf Io abschließt. Okay. Und jetzt können wir uns noch einkaufen. Ich glaube, da ist gerade ein Event gestartet. Ja, es ist ein deutsches Event gestartet. Äh. Ich hätte gerne das Event. Event. Wo ist das Event? Irgendwo da hinten. Ich glaube, da vielleicht. Ich würde gerne das Event machen. Io. Eine neue Welt und Mission verfügbar. Io ist der Mond eines Jupiters. Dieser Himmelskörper hat der Reisende vom Untergang zuletzt berührt. Io ist nun ein verdorbenes Ödland voller gefährlicher Kreaturen und Rechtschoss der Vergangenheit. Okay. Gut, danke. Ah, hier. Ach echt. Bin ja dabei, bin ja dabei. So. Nein, auch auf mich zu schießen. So, ein Drittel haben wir schon mal. Oh, jetzt kommen neue. Genau. Wenn wir die Dinge gar nicht hier zerstören, die hier, bevor er sich wort, dann kriegen wir nämlich ein heroisches Ding. Aber heißt mehr Loot und so weiter. Das haben noch nicht viele gemerkt, anscheinend. Gecheckt. Beziehungsweise habe ich bis jetzt nur selber... Oh doch, hier ruhiges Event beigetreten. Ja. Ja, scheißegal, wir haben ein heroisches Event jetzt. Heißt, es gibt guten Stuff. Haltet drauf. Äh, Hilfe. Ach du Scheiße. Wo ist er? Da. Meilenstein aktualisiert. Ja, ihr macht doch mal weg. Ey, ich will hier gerade ein scheiß Event machen. Mein Gott. Da ist das Gold, äh, Blaues. So. Okay, einen hat er, glaube ich, gerade geportet. So, wo ist er? Da hinten. Aber nach zwei Minuten Zeit, dann passt der Dicke. Aber ich mach irgendwie kaum Schaden. Gefühlt. An ihm. 16 Schaden gerade mal. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Jawohl. Ui, jede Menge Stuff. Das ist Token. Hä? Ich glaub, mein Item, was hier gerade lag, ist jetzt dafür weg. Toll. Manu. So, Money. Das bauen wir nicht, okay. Äh, ansonsten haben wir das nachgeladen. Okay, jetzt gucken wir mal. Meilenstein. Danke. So. Drücke L2. Ja, tu ich ja. Äh, Rote. Erreiche Level 11 und schließe die Mission. Startgelegt auf Ayoab. Schließe die Weltaktivitäten. Okay. Hier brauchen wir ja nichts. Warte, hier. Ich bin da. Da ist ein Event. Ist das aber aktiviert. Ist das weg. Okay, hier gibt es selbst mehrere Reiseziele. Und hier ist auch noch ein Event. Öffentliches Event steht bevor Zyklis Akaltalokö. Hier gibt es eine Menge. Das haben wir. Event beginnt in vier Minuten. Dann nehmen wir das Event hier und reisen mal hier hin. Ich glaub, da waren wir schon gewesen. Kann das sein. Event sehen. Ich mag das Event machen, bitte. Und dann machen wir jetzt auf nach Ayo. So. Ich könnte auch mal Muni gebrauchen. Muni, Muni, Muni. So. Ach, das war, glaub ich, das Event. Wo ich das letzte Mal nicht hingekommen bin. Oh, hi. Aber das ignoriere ich einfach. Ich glaub, das Event ist aber schon am Laufen. Kann das sein? Da die Typen die ganze Zeit sterben? Hm? Ist das eine Frage? Mein Super ist bereit. Nice. Ich glaub, das liegt an dem Wasser aus Wexmilch hier. Kann das sein? Wo ist das Event? Direkt vor meiner Nase? Ja, direkt vor meiner Nase eigentlich. Aber man darf halt nicht in das Wasser hier rein. Und das ist auch dahinter. Hab ich gerade gesehen. Äh, lauft auch weiter. Schnell schwitzt im Event. I want to make events. Was dann? Oh. Ja, ja. Interessiert mich gerade nicht. Abenteil machen wir später. Ich will Event machen. Ach, hier sind auch noch Kaballe. Hm. Toll. Hat das hier Aua? Das Wasser? Ja, es macht wirklich Aua. Sehr schön. Oh, shit. Hops. So, kaputt machen. Was ist denn da für einer? Ist das einer so, ich bin Rambo? So. Oh, so schnell tot. Der ist aber schnell tot. So, hier ist kein stinkendes Wasser hier. So, Flagge machen. Beginnt in 27 Sekunden. Okay, haben wir gut geschafft. So, bin ich ja mal jetzt gespannt. Okay, dann ist er tot die ganze Zeit. Ich glaube, der kommt dann schon wieder. Okay, warten wir auf das Event. Ich bin gespannt, was das für ein Event ist. Ich wette aber, es wird böse. Du, 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 du. Okay. Die Ewelfall finsterte sich. Okay. Das heißt, was genau? Genau. Ich ping hier hin. Ach, das ist das, wo wir das Schiff hier kaputt machen müssen. Kabal-Nachrichtendienst? Ein Paradoxon. Ja. Ach nee, wir müssen hier das Ding, okay, wir müssen hier die Dinger reinschießen. Da, nehmt das. Aber kriegt auf jeden Fall gut Schaden. So. Oh, Hilfe. Oh, ist er da? Aua. So, was ist los? Und du bist ein Hüter, ne? Du bist ein Hüter, ja. Aua, das tut mir gerade weh. Aua. Geh kaputt. Aua, was war das denn? Da ist das Schiff, das Schiff, das man, oder? Hallo? Na gut. Dann... Mach ich mal so. Ah, hier hat man sogar ein Schatzschild rum, alles klar. Oh, noch die Dinger. Sehr schön. Okay, ich glaub, es sollt hier raus, oder? Alles klar, alles klar, alles klar. Ihr seid lästige Viecher. Kommst du jetzt cool vor, oder was? So, ich will ihn explodieren lassen. Geht der mich mit drauf? So. So, und das auch schon mal. Okay, okay, ich geh raus. Sollte ich, glaub ich, oder? Komm mal, bin ich mit raus, ne? Er kommt auch mit raus. Sehr schön. So. Alter. So, oh, hi. Oh ja, wie klar, ist das passiert, ne? Und der kann natürlich raus schießen, aber ich nicht. So, hat er schon einen Schachschuldienten? Hä? Jetzt ist er raus. Hä? Entscheid dich doch mal. Mein Gott. Ge-Failed. Nice. Nö, 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 nö. Du lässt mich schön in Ruhe, klar. Dein Kopf wird platzen, hab ich gehört. So. Sag ich ja, mein Kopf wird platzen. So, die werden abgeschlossen. Und abgekillt. Oh. Ich bin was Blaues bekommen, nice. Hilfe. Rang setzen, ja. Ich wollte ganz sagen, für Schnit jetzt nicht. Oh. Ah, er ist noch gestorben. So. Ja, komm, wir haben die mächtig. So, hier, bitteschön. Nicht mal nett. Ja, so doof aber auch, ne, dass du keinen Mut hast. Gut, Artefakt entdeckt. Was ist denn, Artefakt entdeckt? Noch eins. Jäger. Okay. Wir haben neue Waffen bekommen. So, dann schauen wir doch mal. Ein automatisches Gewehr. Ein automatisches Gewehr. Äh, das sieht irgendwie cool aus. 153er. 151er. Alter Schwede. Äh, ich hol mal die Waffe hier rein. So, was haben wir hier? Neue Schrotflinte. Und ein Scharfschützengewehr. Jawohl. Nice. Danke dafür. So, neuen Umarm. Der ist, glaube ich, auch besser. Jawohl. Na, was haben wir drin? 55. Der ist ein bisschen besser. 53, 77. Ja, auf jeden Fall. Äh, nehmen wir den 72er, würde ich sagen. Und hier. Ja, das ist leider grün. Den nehme ich nicht. Ich ziehe nichts Grünes an. Päh. Pädert mich an. So, hier machen wir alles neu. Das habe ich auch immer nur auf der Erde, in der Todeszone freigeschaltet. Ich weiß nicht genau für was, aber hey. Okay, das sieht ja nach einer dicken Wummen aus. So, dann gucken wir mal hier. So, wir sind hier und da ist noch ein. Red, Red ist sogar aktiv. Oh, dann gehen wir mal. Ich glaube, der Red ist gerade weg. Scheiße. Fuck. Dann war ich aber Glück, wir können die doch machen. Wir schauen mal. Ich hoffe es doch zumindestens mal. Wäre zumindest cool. Cool, cool, cool. So, und der Red ist nicht mehr da. Schade. Schade, schade, schade. Da ist ein Red. Event beginnt in einer Minute. Wächtergrab. Hier, Red beginnt in... Ja, dann nehmen wir doch hier das Wächtergrab-Ding. Und dann gleich anfängt der Raid. Eben durch die Ladezeit des Rippen. Ich würde nämlich gar ein paar Raids machen. Wie gesagt, die ganzen Ebenen und alles, das sehen wir dann halt mit den Missionen. Aber man dann schau ich, was viel Neues sieht, glaube ich. Da muss man. Oh, warte, 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 warte. Lass mich einfach nur durch. Ich benutze den Raid. Hallo, Herr Raid. Hui. Oh, das hinten ist eine Hydra. Ich glaube, ich bin allein bei dem Raid. So. 11 Sekunden. Alles klar. Das ist ein Stück normale Hydra, okay. Das wäre einfach und es geht los. Mit der neuen Waffe bin ich ja mal gespannt. Okay, da erscheint zumindest was. Diese Wächs. Sie bauen irgendetwas. Berechne Wahrscheinlichkeit. Ja, das tun sie. Alarm. Meine Sektoren haben anormale Wächsaktivitäten im örtlichen Quadranten aufgespült. Okay. Ich finde, dass die Wächs ihre Wälder festigen, okay. So. Achso, ich muss erinnern, also hier darf keiner ran, okay. Gleich auch hier sind auch noch so Dinger immer. Die Punkten, die soll man eigentlich halten. So, als ich weiß. Dann würde man hier noch ein episches Ding kriegen. Aber ich sorge lieber dafür, dass hier nichts passiert. So. Nein, weg da. So. Ich weiß auch hier, wo ich gerade, wenn ich alleine bin. Ich kann, glaube ich, sowieso vergessen. Alleine auch hier, wo ich. Bei mir passiert hier gerade nichts. Ah, da. Gut, haben wir ein Kipkales. Ob der ist gegenseitig angegriffen, frage ich mich gerade. Nachladen. Nachladen. Boom. Ungeboxt. So. Das sieht doch eigentlich mal ganz gut eigentlich aus für uns. Ist doch nur tot. So. Aber. Okay, Hilfe. Jetzt wird es doch langsam ein bisschen ernster. Das Gefühl, du bist damit tot. Verdammt. Aber sieht eigentlich noch ganz gut für uns aus. Machen wir mal eine Granate rein. Ist da ein bisschen schade. Schadenkrecht. Oh, die werden gestunnt. Schwierig, ja. Die werden ja gestunnt. So. Und auch erledigt. Wunderbar, wunderbar. So. Das können wir noch gefallen oder was? So. So. Schon wieder? Ernsthaft? Junge, du nervst. Wie kaputt Oh, sie haben einen kaputt gemacht, scheiße Alter, was machen die denn hier? Okay, los geht's So Ich glaube aber, das war noch nicht das Hauptding, ne? Naja, wie nicht Oh, ich muss nachladen, ernsthaft Das bombt mich da so weg Ach, da ist auch noch ein Hydra jetzt, alles klar Gut Gut, dass wir drüber geredet haben Okay, Hydra ist aber schwach So 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 Aua Warum geht der nicht weg? Ich will mal loot, oder? Bleibt immer noch da Du Arschloch-Teil So Jetzt kriege ich Token und ne Maschinenpistole Ui, das war hart Dann schauen wir mal Junge Ich will da raus, hallo? Schießt denn da auf mich Was ist denn Arschloch? Fällt nichts anderes sein So gut Jetzt schauen wir uns halt hier hin und Gucken Was wir machen können Wir sind Level 17 Nice Hier haben wir bekommen Maschinenpistole Sollen wir mal wieder aussortieren Hier eigentlich Automatisch ist 134 Nehm Ich lieber die wieder So 170er für die Shotgun Ist auch nicht schlecht eigentlich So Hier haben wir nichts Neues Hier haben wir nichts Neues Da haben wir nichts Neues Hier haben wir nichts Neues Und hier Haben wir auch nichts Neues Schade Und hier Haben wir auch nichts Neues Gut Dann gehen wir mal in Orbit Weil wir wollen ja die Mission weitermachen Zack So Jetzt machen wir uns leer glaube ich Zack Auf in die Zur Farm Jawohl Wir wollen in die Farm 164er Level habe ich jetzt schon Oh da ist Bauch ein Level Ist auf jeden Fall nice Also es geht schon mal Ich komme echt gut voran Vielleicht sind wir echt 200 Wenn wir da die Story Day haben Würde ich mir wünschen Aber ich mache das natürlich auch nur Weil ich halt Beziehungsweise ich bin ja nur so Weil ich denke mal auch die Hier halt Events jetzt gemacht habe Zum Beispiel Aber wo ich auch durch die Mission Habe ich guten Stuff eigentlich bekommen Ne Egal wir sind hier bald Level 20 Und dann wahrscheinlich dann mit dem ersten DLC Oder zweiten DLC Wird es dann auf Level 40 gesetzt Wieder wie bei Destiny 1 Kann man nochmal ein bisschen leveln Das Problem ist natürlich dann jetzt Den ganzen Stuff mit dem man sich jetzt erlootet hat Ist dann wieder wertlos eigentlich Weil Man muss ja nochmal 20 Level drauf packen Aber es ist wahrscheinlich der Unsporn einfach Unsporn Der Unsporn Weil man Ist nicht der Unsporn Sondern Der Sporn Punkt So Ladezeit Überstanden Kann man jetzt wenigstens direkt In die Farm rein Oder Ja immerhin Das ist gut Und Ey Du löst es auch für uns Du heißt Das heißt du hast es für uns Das heißt du hast es für uns Ja Was hast du cooles für mich Bitte was cooles Auch im Krieg muss man Freuden finden Ein Geist Oh Jägerhülle Für Geist die stolz sind Der Partner eines Jägers zu sein Nice Dankeschön Oh wir sind cool Wir haben einen coolen Geist So Dann Was sehen wir den nochmal an So Ich wollte einlagern gehen Zack So jetzt habe ich bis jetzt alles hier Die Glückshose Habe ich reingetan Jetzt haben wir hier noch was Neues Vielleicht Nur die Exotche Kann man die eigentlich dann immer wieder herstellen Glaube ich Kann das sein Interessant dass die dann Level 16 ist Unsere ist nicht Level 16 Nö Unsere ist Level 4 Hat aber Ach ja 2 und 5 Oh Abs Falsche Taste Ich warte eigentlich hier drauf Genau So dann gucken wir eben hier Maschinenpistole 175 Da kann die schon mal rein Was haben wir noch so hier Ein automatisches Gewehr Mit 113 179 Stecken da rein Äh Ist das hier Nachlade Das vergleichen Ging das nicht Nein So Also Okay Äh Das ist die Die Waffe Ein Handhabungsstil Geschlechter Reichweite ist höher Aber Aber Ich würde lange haben die ein Handfeuerwaffe Scott Gewehr Was haben wir Die Handfeuerwaffe fand ich nicht so geil Kann auch eingelagert werden So Das Impulsgewehr mag ich allgemein nicht Sorglich So wir Handfeuerwaffe Pistole Pistole So hier Wir haben ein Schwert Ich werde glaube ich Ich mache Die Gnadewerfer hat nur 100 Gewehrwaffe Da lagern wir alles ein Also wie das hier Und das hier So Gut Dann sind wir bereit Unser nächstes Ding zu erfüllen Unsere nächste Fähigkeit Bäm Er ist an der Level abgegangen Er ist Er wollte auch mit Level 2 Gucken die rein Ja Ja Hallo Level 5 Ich bin Level 17 Cool ne Ich bin Geil Domatico So Gut Dann können wir wieder in Orbit gehen Eigentlich So Di 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 Du 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 So Level 17 164 Power Level Und wie geht auf Io Was ist Io Ich weiß nicht Empfohlen ist Power Level 120 Oh Haben wir aber I thought you saved me When I was down But what you're doing Has hurt me now Cause I've been in the fire line Way too long I've been in the fire line Way too long You hit me baby You shot me down My heart is bleeding I'm scarred for life Cause I've been in the fire line Way too long You held me in the fire line Way too long What you said Is playing on repeat In my head Baby you hurt me bad But that's all you do now That's all you do now You shot me down You shot me down You shot me down You're screaming at me What did I do All I've done wrong Is loving you Cause I've been spending all my time with you Yeah I've been spending all my time with you You know I thought you saved me when I was down But what you're doing Is hurting me now Cause I've been in the fire line Way too long Yeah I've been in the fire line Way too long What you said Is playing on repeat I've been in the fire line You hurt me too long But that's all you do now That's all you do now You shot me down You shot me down Yeah You shot me down Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.